ARD Text im Auftrag von Funk Sie sind in der Rübe? Ja! Sehr gut, das freut mich. Macht das weh? Nein, tut nicht so weh. Aber Sie fühlen sich wohl. Ja, ich habe noch nie eine gemacht in meinem Leben. Sie haben aber schon eine gemacht. Nein, also ich selber nicht. Sie nehmen das jetzt aber an. Ich hoffe, ich bin schon der Chef nicht gut, weil Sie den Besten vorangehen. Ja. Also, es gibt einen Stift. Geht's, oder? Ja, gut, ja. Der Test. Nein, okay. Krank werde ich nicht? Nein, es wird nicht. Ist es gut? Ist es gut? Alles okay? Ja, es wird nicht mehr.